Home Na gut Aber schau mal ne Fährte Muss mir merken, wo genau die sind Einer ist hier über dem Loch Anderer ist wahrscheinlich über dem Loch Und das reicht ja schon Normalerweise Ist generell über den Löchern eins? Ist hier auch eins? Nein Soll ich mich einfach fallen lassen? Nein Es sind bestimmt noch mehr unsichtbare Blöcke Wenn ich hier wenigstens safen könnte Sind vielleicht hier welche? Moment, ach die Wolken Aber die Wolke da hinten hatte was geblockt Die da Die blockt was Vielleicht auch erst die zweite Wolke da Nein Die Wolke da hinten Und irgendwas hier vorne Wenn ich wüsste was Ich glaub da bin ich gegen irgendwas geknallt Oder war es nur ein Hänger Ich glaub es war Hier Ja Wunderbar Scheiße Scheiße Aber da unten scheint so ein Warp Raum zu sein Das wär ja mal was ganz Nettes Mal safen Bin ja schon ein paar Mal gestorben So wo bin ich eben hingesprungen? Hier ne? Ja Bis zur Wolke komme ich scheinbar nicht Die scheint aber auch Nicht wirklich ein Block zu sein Ich hatte nur vorher den Eindruck Die Kugeln gehen da zu Ende Ach Juhu Ach ich dachte grad das Spiel wäre wie abgekackt Warum kriege ich das jetzt plötzlich nicht mehr hin? Hm Tja Wie geht es da weiter? Naja Aber die werden definitiv da aufgehalten Vielleicht muss ich nur ein paar Mal gegenschießen Da hinten war ich aber besser von hier Nein Was ist denn mit den anderen Wolken da hinten? Die nicht Die sieht aber auch ein bisschen anders aus Die hat da so einen rosanen Schimmer oben dran Ich versuche einfach nochmal den längsten Sprung Den ich aufbringen kann Das war scheiße Das war scheiße Oh Das war scheiße Nein, der war nicht gut Der war gut Kann ich vergessen So wird das nix Ah Bleiben wir bei dem Abstand Ah, jetzt kann ich auf die Wolke, ja klar Ach, ich Idiot Ah, jetzt kann ich auf die Wolke Ah, jetzt kann ich auf die Wolke Ach, 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 aber ich habe einen Block gefunden. The game over room, this is the safest room in the game, only Q can kill you. Muss ich das verstehen? Ah, okay. Ja, habe ich jetzt irgendwas davon? Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg da drüben? Oh, shh. Scheint tatsächlich game over zu sein. Tja, doch alles umsonst. Wobei, ich habe ja da gerade irgendwas aufgehoben. Kann ich vielleicht da lang? Nein. Vielleicht hat sich jetzt hier irgendwie was verändert. Ja. 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 Ja.